z sie gibt sie schon so mit zu einem weiteren was er auf und wir sind üblichen zwei verletzten um ich bin hoffen nur dass ich hoffe nur dass unsere ja tut mir leid ich bin zu schau für die Rukla zu beginnen aber jetzt geht sie ich hoffe nur dass das Team so ein bisschen du den auf E1 raus ja ich versuch's ja du bist so weit rechts um den raus zu spotten ja jetzt lass mich nur machen so weit rechts um den raus zu spotten ach ich hau da einfach im Magazin dann gleich blind rein nix oben auf E1 da nix? nein sonst ist das aufgekriegt wenn jetzt noch was hinfährt dann kann ich auch nichts mehr hey das macht euch alles in der Mitte mann da keine Arten? ja doch der hat gerade geschossen eine ach ich muss hier weg das macht gar keinen Sinn ne aktuell nicht so wie die in der Mitte stehen tatsächlich nicht mich haben jetzt schon so die ganze cd stehen beziehungsweise ob überhaupt was auf der zweierlinie steht und wir haben halt nen super conk der noch da ist der Sheldon hier hinten der gar nix macht also Sheldon hier hinten ist schon eben bei so an Kette willkommen aufnahme ich hab dann jetzt noch so lange besprochen äh ich gar nix ich hab nur nebenbei gesagt was besprechen die noch so lange da unten? gar nix gar nix der eine hat das noch immer abgespielt da woran hat es gelegen diesen armen Fußballerspruch da woran hat es gelegen ja es kommt da nicht Das ist ja besetzt zur Zeit, ne? Ja. Ah, entweder oben. Ja, aber Semper macht nicht mehr lang. Er muss da ins Bett, hat er gesagt. Am Samstagabend, bei 16-Jährigen. Ja, morgen muss ich... Er muss morgen nackt vor einer Skilehrerin stehen. Jetzt bin ich schon nackt. Er ist ja der Skilehrer, er muss... Ja, natürlich du nackt, nicht die Lehrerin. Er muss da nackt stehen. Er muss der Skilehrer nackt vor einer russischen Millionärsgattin stehen. Geil. Geil. Darf ich mich mal kurz aufregen, bitte? Darf ich mich mal ganz kurz aufregen? Ab diesen Fettfacken da! Hey, sorry, wie will man da dieses Spiel spielen? Ja. 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 Ich will nichts sagen, meine lieben Team-Mates, aber... AX, jetzt bleib einfach ruhig und fahr offen mit dem Spotten da, das bringt doch gar nichts. Oh, ich reg mich auf. Irgendwann dahin und dahin. Alle vier Ecken. Alle vier Ecken. Ja. Ja, wenn die so blöd auf der FV spotten, shotten mich. Ja, ist mir doch egal, was der FV macht. Ja, nur schade, ich geh da nicht mehr spotten, das ist mir zu doof. Solche Team-Mates werden so ein Kinderwerfer immer noch da hinten auf der K-Linie rumsteht. Tut mir leid, was ist das? Das ist mehr so dumm. Boah, ich hab nichts aufgefasst, ich hab keinen APCR mehr. Ui. IS-7 oben? Ja. Lad mal. Schau mal, die Arty ist auf den IS-7 voll ab. Da hinten ist noch ne Maus, ne? Ja, die bewegt sich ja nicht, die kann auch nicht stehen bleiben. Das ist schon eindrücklich. Also aber die zwei Linien... Wenn der Kinderwerfer nicht auf A6 stehen würde, weil der hat ja unseren Centurion da reingeschickt. Das war ja, man, den kann ich mal spotten. Ich kann den nicht einschießen, wir haben keine Chance. Ah, der kommt sogar, der kommt, der ist nicht 500, der ist weniger da als 500 aktuell. Weißt du, hier ist sie wieder? Ah, hier ist sieben, der muss raus. Ich mach Kinderwerfer nochmal. Wir können den nicht anschießen. Ja, den kriegt ihr viel zu halten. Ja, die Arty vielleicht. Ich fahr da nicht hoch, ich bin doch nicht lebensmüde. Das sitz ich aus, bis die da auf der linken Seite mal durch sind. Das machen die nicht, weil die ganz vergessen, ich stand hier schon. Weiß auch nicht, was dort auf A2. Die bleiben schön hinten stehen. Meine, guck dir den Superkong mal an, da steht ein Superkong und ein Light. Achso, pfff. Klare? Zu spät, war 13er. Bei dieser useless Community baust du auch keine Gegner mehr. Hey! Hey! Ja, Blumenthoff, hast du kennengelernt heute, oder? Da so wieder. Ja. 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 Aber noch, komm nicht drauf. Lass ihn bloß nicht rausporten, da. Hm. Ich kann den versuchen zu pushen. Der kommt halt nicht weit genug hoch. Okay, ich fahr hinter den ran, mach den weg, okay? Ja, ich nutze das. Äh, okay, ne, doch nicht, ne? Ich muss den 113 an. Ich pusht drauf, Jungs. Macht euch bereit. Oh. Ich bin tot. Boah. Kommt der E50 noch hin? Nein, scheiße. Ich glaube, er kommt zu mir zurück. Ich brauch mich hier oben dann. Ne, ich geh ganz weg hier. Das muss der 113 auch immer da drüber poken, ey. Och, wir haben halt ein Team, das kann nix. Tut mir leid, ist zu. Ja. Ist ich immer noch offen, Saga? Ja. 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 Ich komme. Ja, ist okay. Ich bin der Einzieher. Und ich kann auch nur helfen, wenn die drüber fahren, weil ich krieg die Waffen aus sich runter. Freu doch nicht, bist du zu bescheuert? Ich geh auch nicht gucken. Ne. Cool, guck mal, wie sich das Team trotzdem schafft, runterziehen zu lassen, ne? Ja. Ich meine, es steht immer noch da. Kann ja sein, dass die Kante auch mal besser war schon von 100%? Äh, so von 100%? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, und jetzt machen sie halt die zwei Linie schön einen nach dem anderen weg, ne? Keine Chance. Und eine gegnerische T100 Light, äh, war noch nicht mal offen. 50M, Samba. Kommt der? Ne, da steht Almost Night. Hm, ich geh die Waffe nicht runter, ich muss zu weit hochfahren. Ne, so viel denn lass es. Aber ich bin da, wenn er kommt. Ich bin gebounced zeitlich. Ui, ich brauch noch mehr 23 anleihen, dann hab ich die 4000 vor. Der Volker? Ich bin da, ich bin da. Da ist jetzt auf den Geschossen? Ja. 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 Oh, jetzt hab ich wieder Lacks. Ne, auch nicht gut. Der Push ist richtig gut, ja. Aber wie gesagt. Nur so lange, bis da links alles noch steht. Ja, die linke Seite hat's verkackt, man. Die zwei FVs hätten tot sein können, dann hätten wir hier schön entspannt auch. Ja, ich bin, ich war ja, oh. Gibt das Samba? Samba? Ich hochfahre hoch. Ich hab den FV noch einmal gedrückt. Ich bin dafür aufgegangen. Ja, die zwei Linien, jetzt hat, ich mein, ich bin dort alle spotten gegangen, ne. Wunderbar. Und das machen die, die bleiben immer noch hinten stehen. Können wir die irgendwie pushen, Koi? Können wir machen. Ja, der erste, wenn der Kinderwerfer raus ist. Wo ist denn du der Kinderwerfer raus? Dann habt da... Nice, please. Die werden nicht mehr kommen jetzt. Ja, der Objekt kommt links unten. Oh, shit. Fuck's, mich zuhören. Geh's doch auf. Kinderwerfer. Kipp, los, 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 vor. Ich bin gekehrt in die Stehe. Boah, ist ein One-Shot. Ich... Jetzt wurde ich getrackt, ne. Ach, wow. Keine Chance. Ego. Ist doch eh zu spät. Ja. Würde... Warum muss der 113 auch immer wieder hoch gucken? Wenn du schon weißt, dass er es aufs Maul kriegt, dann schau ich doch nicht hoch, oder? Das war nicht... Guck dir, der Superkong steht da immer noch. Immer noch. Der FV ganz hinten. Dann zwei Lights die ganze Zeit hier auf G1 standen. Der FV auch. Shredden FV amix vorne in den Busch drin. Da waren zwei FV hinten nicht mehr, ne? Zwei Panzer. Ja. Und ich hab die aufgemacht. Die waren beide die ganze Zeit offen. Und die haben sich keinen Millimeter weiter vorbewegt, die... Fappen. Was sind Fappen? Irgendwas, was ich das Video dann auf AB18 machen müsste. Ist das was Schweizerisches? Ich meine, ich ging spotten. Das kann... Das kann... Das ist die Ausrede. Das ist... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Aber ich versteh nicht... Wieso erhofft... Was erhofft sich die durch das gecampte dort hinten drin? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Du brauchst die nicht aufregen. Du bringst das... Du bringst das nicht zusammen. Da. Der Superkontion. 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 wir die heavy mission reine jetzt recht ja logisch rechts ich frage ja nur noch sicher so sicherheit ich ja kein support und das gefahren schauen ob das auf stufe 10 checken ja nicht stufe 10 gar nicht rechts ich war links wirklich war schon mit das ist die verteidigung ja da gehe ich gleich richtig vor angriff nicht verteidigung wir müssen dann greifen wir müssen der großgefecht davon dass er ein bisschen mitkenntnis kriegte wir müssen mehr gefechte machen dass er langsam lernt für die panzer sich hier auf der karte mittlerweile bewegen weil die pushen jetzt immer auf der seite seit wann guck mal was unsere top tier heavies machen jetzt ist ihr seid die besten und die die werden noch wieder nichts reißen werden motzen übers team durch die mitte liegt man auch dann ja jetzt lass mich aber also doch der muss raus der trägt mich ich bin in voller fahrt was nix also versteht nur meine wir muss doch der andere 13 90 daran kriegen weil er für dich der schluss temper das kann sein tatsächlich also es ist nicht absicht dass ich getroffen von mir aus schon klar rückwärts ist natürlich lieber hi bro so mitte ist sauber schießt hier ein skoda ich bin tot die bedschert krieg jetzt auch noch ab ja los er hat die blöde idee gehabt hier links zu vorn äh rechts zu vorn jetzt kommt hier 13 90 der mich abstauben will schießt schon drauf fährt wieder weg die da habe ich irgendwie schon gut schießen die vom hügel auf mich nice boah fk vielleicht auch noch gleich fk vielleicht auch noch gleich fk 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 ihrỏ ich bin insgesamt Ok der steht auf offene Feld. Ja sag mal. Der geht auf offene Feld zu. Ok geht auf. Wir rammeln jetzt Hilfe. Er schießt WT. Schießt WT. Er schießt nicht. Er schießt nicht. Ne ich hab verschossen. Nicht gut. Oh. Ja. Fuck. Jetzt kommt noch so ein Scheiß Objekt hier. Ach komm. Ich hab grad einen STB gebounced. Wieso sehen die mich? Oh wie? Ich hab einen Glückspilz. Jetzt ist es schön aber falle jetzt oder? Oh nein hinter mir. Oh geil. Alles klar hat sich erledigt. Nein das hab ich falsch getrunken. Irgendwas fehlt da noch. So ein E4. Recht. Bei uns steht noch ein Poppes. Ich weiß nicht wo er zuerst hin soll oder? Jetzt dreht es sich ab zu mir. Guck mal hinten ist er. Das war jetzt aber gerade. Das war jetzt gerade. Mit zwei AP haben wir ja noch drei Kills. Ich hab auch nur noch 55. Oh ich hab nur noch 55. Egal. Guff da. Wuhu. Wuhu. Tchuuu. Das aufgau das? Oh oh. Nein. 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 Scheiße. Die Hunde war cool. Ja hab ich nicht gekriegt. Die Hunde war. Die war sehr. Die war sehr. Die war sehr intensiv. Der hat mich töten können. Das Ding ist schon. Das Ding ist schon. Ach ne Spartaner. Bartiat. Du weißt das wir jetzt nicht die ganze Zeit einen Zellenpanzer im Video haben. Gibt es jetzt noch eine Hunde den? Der ist mal eine andere Mission. Schwere Patzer haue ich jetzt wieder rein. Und für mich gibt es eine Reihe Schokolade. Braucht noch ein bisschen Blut zu gehen ne? Okay. Okay. Ja. würde ich nie wieder mal nur den hügel pushen was den hügel pushen denkst du das ernst weil der amix 13 105 ist noch im lagen derzeit dass wir am 13 die hochfahren können wenn sie alle mitziehen der ist aber fertig wenn er oben ist ja und an der zeit müssen wir da unterschießen ich verreiche derzeit bin ich auch geladen der 13 90 fährt richtung den hast du schon mal nicht es ist mir doch egal wie 30 es geht um uns da aber ich fahr nicht hoch vergiss es lass es bleibt unten bitte langsam für den scheiß gut haben wir hügel nicht haben wir schon wieder mal spaß ja wenn sie das sagt er ist schon mal gerade auch die hat verschossen sind wir bei uns bei dir drauf die arti die insel haben wir auch nicht die zwiller die eine eingeschlagen gut dass wir da nicht hoch sind ja super eben jetzt haben wir gar nichts jetzt müssen wir schauen ja gut dass wir da nicht hoch sind was ist da hinten los ja zu dritt hätten wir das geschafft ist mal ganz ehrlich doch ich fahr jetzt mal Richtung insel das macht ein b1 da und wir probieren kannst du den kett jetzt haben wir nicht dass noch eine hochfahren kann ja kann nur einmal schießen ja er hat ja nicht mehr viel was hat mich da überhaupt so hart getroffen leo wieso könnt ihr auf mich schießen und hinten geht da drauf gut insel gehört langsam uns die fahren alle weg haben die hinten noch die ds drin könnt ihr das wisst ihr das irgendwie ja klar die waren alle nicht offen hier doch drei stück alle noch nicht offen löwe hinten noch löwe fährt jetzt hoch oder da hinten krieg ich mal nix auf ich bräuchte es halt kollege 1390 müsste jetzt mal mitfahren Silbersternchen ach da muss noch eine Tortoise oh die schaut ja gar nicht ach die Tortoise ja doch mich hat sie angeschaut oh hab ne Arti mach ich nicht ran ach ich hab noch gesehen wie sie geschossen hat ich wäre schön wie der kollege 1390 anstatt da hinten rum zu kämpfen was ist denn hier los das mach ich noch nicht mal ach jetzt meine Waffe noch kaputt jetzt haben wir hier ein Problem ja ja ich komm wieder zurück oh es wäre jetzt noch schlimm wie ein weißt du der 13 was macht denn der der camp nur ja dann fahre ich weg da kannst du mich mal kreuzen lass mich da runter so ich hab ein bisschen Turm also ich hab ein bisschen Turm also doch und die Arti natürlich hey lebt die noch ich war jetzt auf dem Milo hoch das sind doch alles One-Shots oder? ne die haben noch 5 was voll perfekt auch mir doch egal so so und der 1390 steht immer noch dahinten ich schieße jetzt auch wenn es ein deutsch ist ein guter Spieler Dööö ist raus hier kommt ein Leo hier kommt ein Leo die Arti schieß noch mal auf mich und uuund 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 vor allem der Leo kann jetzt machen oa das kommt hier alles 6 Sekunden ja ich stehe halt immer noch zu zwartahinten guck nicht mehr zu euch rüber kann nicht spielen ich hab Koi im Weg jeder kommt hier durch du das nächste Mal brenne ich letzten hab ich gebounced ah der ist auch raus ja die gibt immer noch auch koffer vier es hat schwer mit solchen kines zu spielen inzwischen 4000 damage was machen die denn da ja nix das ist problem die zwei posten das nicht gute spiel habe ich mir gedacht aber scheinbar nicht wo auch und so wie diese flucht der nächste 940 ja also die können da machen was sie wollen und die die machen immer noch nichts krepportes platoon 2 werde wird und beschwerde port um er ist auch von den zwei keine ahnung was die machen nun aber nix intelligentes wenn ich jetzt nach dem spielernamen suche und er hat in den letzten 30 tagen mehr gefechte wer war das gut geht um sie in das glaube ich den wir haben schon jetzt die sieben und erliebe zu das was für diesen dort wird sein sieben tage 28 gefechte ja das ist okay vielleicht alle gestern wollten oder heute aber das was für diesen Part der Rücks und auch sechs wieder ein und zweitens vertreten rein. Tschüss.